Ey, und Nitschewa, du bist echt ein heftiger Sänger, Alter. Danke, Bruder. Kannst du aber auch so orientalisch-mäßig auch irgendwas machen? Ja, klar, Bruder. Kein Problem. Mach mal, mach mal einen. Okay, Bruder. Pack mal richtig einen aus. Hast du den drauf, Judi? Ja, Mann. Mach mal Dings, Alter. Mach mal. Mach mal daraus irgendwas. Benutz den als Sound-Sample. Mach mal einen Beat draus. Komm, Bruder. Okay, kein Ding. Revolution, ich bin wieder da. Dieses Mal auf dem Sound-Sample von Onichiwa. Ein paar miese Parts, die auf deinen Kopf brettern. Dieser Top-Rapper lebt nicht vom Jobcenter. Wer ist Brock Lesnar, dieser Schrott-Catcher? Ich lass' einen fahren und du denkst, es ist ein Orchester. Hier kommt der King und der Ficker. Bei euren Scheiß-Tracks fressen hilft nicht mal der Instagram-Filter. Du bist einer von den süßen Homes, viele Füße Homes. Doch deine Zeilen sind mir leider zu gefühlsbetont. Allein mein Skiz sollt euch Hans-Fürstchen reichen. Rebell, schreib mein Name in Anführungszeichen. Verdammt, bin ich eitel. Judi, Brudi, dieser Beat und meine Stimme drauf wie ne Uzi. Es geht meistens nur um Kohle, vom Scheitel bis zur Sohle. Genug gechillt, Homes, ich greife mir die Kohle. Du spaß dich dir jetzt, wenn du mich mit acht Hollen antriffst. Fasziniert von meinem prachtvollen Antlitz. Du kommst mit Message und so, aber Rap rebelli sie mit der Rebellution. Oh ja, 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 oh ja. ARD Text im Auftrag von Funk